Einen wunderschönen guten Morgen vom Wasser. Mein Name ist Stefan Sturm. Ich bin Baujahr 86, fische seit meinem dritten Lebensjahr. Die letzten zehn Jahre verstärkt auf Waller, beziehungsweise nur noch auf Waller. Mein PB in Deutschland liegt bei 2,17 m. In Italien liege ich bei 2,56 m. Meine Ausgewässer sind der Neckar, der Rhein und auch Säen bei mir in der Nähe. Und jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit der Firma Jensi. Ich freue mich darauf, neue Produkte zu entwickeln und die Firma Jensi weiter nach vorne zu bringen.